Guten Morgen heute aus der Rubrik, wo es erhält Pakete. Ich habe mysteriöse Post bekommen. Hi und willkommen am heutigen Tag. Ich habe ein Paket erhalten und das ist tatsächlich noch zu. Ich habe es nicht aufgemacht, ich habe es gerade an der Post abgeholt, weil das hier immer ein bisschen schwierig ist oder ich manchmal das Gefühl habe, es ist immer dann keiner da, wenn die Post kommt. Es ist eine Bücher- und Waren-Sendung und ich habe mich erst ein bisschen gewundert, weil ich habe es an mich geschickt und ja, dann habe ich aber gesehen, da steht von Alexander Boos R.A. der Herzen an mich. Also wir machen es einfach mal auf. Schere habe ich nicht gefunden. Wir nehmen das schlaue Messer, was hier rumliegt. Und ich öffne das mal. Und was ist drin? Nochmal vorneweg, ihr sollt mir nichts schicken. Keine Geschenke oder sowas. Es ist wirklich sehr leicht. Also, ihr müsst mir nichts schenken und ihr sollt es auch nicht. Aber je nachdem, was drin ist. Ich sollte auch hier auch machen. Oh, es ist wieder versagt. Je nachdem, was drin ist, freue ich mich natürlich trotzdem. Und hier steht. Ich zeige das mal. Hallo Alex, Orcas für jeden Tag. Herzliche Grüße an den Anwalt der Herzen. Von mir. Ja, vielen Dank, du, dass du mir was schickst. Ich öffne das mal. Was ist hier drin? Boah, wie geil. Das sind ja Orcasocken. Spitze. In einer meiner Lieblingsfarben. 39 bis 42. Ich habe 44, aber sieht aus, als ob sie relativ groß fallen aus. Also, wird schon passen. Hier, mit Bio gemacht. Trage sie mit Stolz. Wear them with pride. Spitze Orcasocken. Geil. Boah, da freue ich mich aber wirklich. Vielen, vielen Dank. Ist noch was drin? Nein. Das reicht ja auch. Super. Boah. Ey, jetzt geht es aber ab. Also, ich weiß tatsächlich nicht, wer es war. Aber ganz, ganz lieben, ganz, ganz lieben Dank an dich. Das ist ja wirklich sehr nett. Meine Lieblingswassertiere. Orcas. Geile Socken, ey. In dieser super Farbe. Perfekt. Ich habe ein T-Shirt, was auch in dieser Farbe ist. Also, ich habe ja viele T-Shirts, aber das passt dann natürlich besonders gut. Super. Ja, freue ich mich sehr. Also, nochmal das Wort. Ihr müsst mir bitte nichts schenken, gell? Aber ich, das ist natürlich trotzdem geil. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Orcasocken. Habe ich Orcasocken? Ja, ich habe Orcasocken tatsächlich von Mission Erde. Habe ich welche. Aber die hier sind auch mega geil. Also, die ziehe ich auf jeden Fall an. Könne ich euch dann zeigen, wenn es jemanden interessiert. Also, Orcas für jeden Tag. Herzliche Grüße an den Anwalt der Herzen von mir. Ja, Grüße an dich zurück. Ganz liebe Grüße von ganzem Herzen. Und ich werde sie in Ehren tragen. Da freue ich mich. Ja, super. Und das war es auch schon. Fanpost oder was? Wie geil ist das denn? Spitze. Dankeschön. Und ja, ich packe die jetzt mal aus und probiere die. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020